hallo meine schäfchen ich bin es immer noch martin luther das ist immer noch resident evil 4 und wir sind hier bei einem let's pray für euch sind vermutlich ein paar tage vergangen ich sitz immer noch so hier wie ich gerade da saß ich hoffe diesmal doch so dass der zeiger nicht so oft hängen bleibt wie im video davor und ja zwischendurch hatte ich gerade eine halbe stunde eine zitterpartie ob das video richtig gerendert und ausgegeben wurde oder die datei unbrauchbar ist ich denke ab letzte woche gesehen dass sie brauchbar wurde zum glück und genug mit der vorrede wir klimmen jetzt diese stufen nachdem wir letztes mal aus dem dorf in dieses schloss geflohen sind und schauen was uns hier so erwartet hört ihr es schon unheilverkündendes flüstern sterben heißt leben jetzt nicht unbedingt das motto was ich befürworten würde aber bei der ganzen angst um die datei das ordnen vergessen dann nutze ich die zeit mal auch und sagt euch schon mal das ist viele neue untertitel geben wird denn jetzt werden sehr viele neue ungehörte sätze an euer ohr dringen und ich werde mir dann wieder die zeit nehmen das ordentlich zu untertiteln bis die höchsten phrasen abgedeckt sind und dann werde ich das wieder einstellen wie gehabt jetzt mache ich das ganz anders als vorher seht es als running gag ich sehe es als running gag und als zwangsneurose so soweit so gut gehen wir schon mal munition ihr seht ihr auch schon so schlafwandlerisch rumschlafende mönche und aus unserer erfahrung der kirche wissen wir die sind ein bisschen scheitel in diesen ganzen machenschaften des ordens drin deswegen keinerlei hemmungen die mit einem kleinen projektil zu begrüßen ach komm geh doch nicht weg du kommst mir nicht lange freund so es sich erst mal dort unten also ein kugelförmiger pfeil aus einem gewehr ihr wisst schon es ist nämlich ganz gut es steht zurückzulassen deswegen ich stürmischer empfang hier findet man ein spiel so nach dem beschuss könnt ihr euch hier unter der brücke erstmal in sicherheit bringen warten bis der beschuss eingestellt wurde und dann könnt ihr echt den nachholen denn die katapulte achten nur auf euch so bleibt erst mal da hier oben können wir schon mal eine gruppe ausschalten indem wir dieses pass anschießen so der anführer und der katapult bedienende mönch sind tot hier unten haben wir zum einen eine kanone damit könnte man das tor leicht beschädigen irgendwo muss es einen mechanismus zum hochziehen dieses dings geben also ein tor versperrt uns den weg offensichtlich hat leon mit seinem psychic powers schon voraus gesehen und wir benutzen diese kanone um dem beizukommen wir looten natürlich auch fleißig weiter gehen weiter hoch erst mal ohne eschle die ist da sicher so wie wir da grad sicher waren so jetzt hier nicht ins feuer laufen und schnell das katapult eliminieren vor dem beschuss rechts in dieses haus fliegen hier haben wir einen mönch mit einer eisenmaske die sind neu die lassen sich nicht in den kopf treffen oder messern und die sense ist nicht so gut für den kopf kann ich euch verraten fast für das nächste katapult warum könnt ihr schon mal eschle nachholen weil jetzt kommt langsam auch ein satz bei den mönchen verstärkungen von hinten die können die einfach schlacken und wegtragen deswegen holen wir sie hoch in dieses haus so ja da hören wir sie schon ganz leise hier haben wir noch einen schatz einen goldarmreif und hier bietet es sich jetzt an einfach durchzurennen so und wir schießen mal den kollegen ab der das bedient folgen folgen so eschle herholen damit sie wie gesagt nicht weggeschnappt wird und dann können wir uns na komm hier rein jetzt können wir uns um die letzten mönche kümmern die lassen sich noch zeit und sich deshalb so lange die kanone hochzukurbeln das macht muckis in die oberarme da haben wir dann auch schon die mönche die haben es jetzt plötzlich ganz eilig der war etwas unbeeindruckt von kopfschüssen und dann benutzen wir doch mal die kanone das schöne dicke rohr einfach a drücken und wir feuern ganz ohne lunte und den ganzen schmarrn einfach a drücken und gut ist nicht drüber nachdenken brauche ich nicht mehr mensch leon ich dachte du und die kanone er hat etwas besonderes was ist da los so wir haben hier alles erledigt und ihr seht es ist schon haben Schwierigkeitsgarten ein bisschen angestiegen es gibt gegnern die irgendwo gegen kopfschüsse sind äh katapulte und das noch alles mit ashley im schlepptau da braucht man nerven für so aber hinter dem tor haben wir einen netten händler der versorgt uns wieder so kaufen wir mal äh das spinel und die seidenkristallen die sind noch mehr wert als die ähm spinels wie ihr seht und den goldarm reif so so betunen das ist glaube ich was für das schrottgewehr freigeboden jawohl ach 6,0 das klingt doch nicht verkehrt ist das hehehehe danke komm back ich danke dir ich meine was will ich sonst mit peseten aber gewehre die kann ich immer brauchen gehen wir also durch die rote tür ah hannigen leon where's your current location we decided to lay low in a castle but it looks like it was a bad move meaning well it appears that this castle is also connected with the los illuminados they must not get many visitors here because they're giving me one hell of a welcome sounds bad i have an idea leon i need you to what repeat hannigen great just my luck ja leon hat das glück tatsächlich gepachtet jetzt sind wir hier schön in dem innenraum mit direkt einem sympathischen gemälde von einer frau mit einem schwert und einem abgetrennten kopf untermarm das stimmt doch schon mal ein viel schöner finde ich da doch diese gewehrmunition und hier ist ein altes buch es ist vergilbt und nicht mehr lesbar ach schade ich hier schön in die leseecke lümmeln können auch stattdessen zum kompensieren reiße ich kommoden auf und loote den inhalt leer und dort blinkt uns ja schon etwas verführerisch an ein platinschwert auf einer goldplatte ja du hältst ein platinschwert und wer jetzt denkt es gibt bestimmt auch eine platinplatte mit einem goldschwert drin der liegt genau richtig die sache ist nur hier oben gibt es auch wieder so aufmüpfige mönche das war der neue move den wir jetzt drauf haben hier werden die mönche oft in die knie gehen ah der typ wenn man sie in die knie schießt und dann macht leon diesen schönen suplex ja so mit diesem morgenstern möchtet ihr eigentlich keine bekanntschaft machen wenn es sich vermeiden lässt oh nein ich leh umso weniger bei dem plage müsst ihr aufpassen das ist eine neue sorte die macht nicht lange federlesen mal eschlein ein Ei geben die beißt euch nämlich einfach den kopf ab wenn sie die gelegenheit dazu erhält so weil einfach immer weiter neue gegner nachkommen werden wenn wir nicht diesen hier unten umbringen machen wir das doch mal direkt der hat natürlich auch so eine plage da ich jetzt keine blendgranaten mehr habe muss ich das anderweitig hinbekommen jetzt müsste ich kurz zumindest zeit haben um den mit dem schaffschützengewehr auszuschalten so und damit ist der spuk im großen und ganzen vorbei knappus kistus und damit hätten wir das auch was jetzt natürlich noch fehlt ist das gepflegte looten nach getaner arbeit noch ein paar kisten okay munition an einem spinel und mit etwas glück finde ich auch bald wieder ein grünes kraut und dann haben wir wieder die dreifaltigkeit zusammen rot grün und gelb hier haben wir erstmal ein goldgelbenes schwert auf der platinplatte das gehört da nicht hin und nach reiflicher belegung bin ich zu der überzeugung gelangt dass ich doch da das platten schwert rein tun möchte ne ich möchte es nicht wieder nehmen und hier unten kommt folgerichtig das goldschwert rein dann schauen wir doch mal was das für ein gang ist den wir jetzt freigelegt haben hinter der tür wir sind wieder draußen und treffen einen alten bekannten leon lewis ich habe etwas für euch äh wie oh sch*** ich muss sie verabschieden wenn ich von ihnen weggeflogen habe verabschiede verabschiede eine verabschiede die deine kompulsionen schau ich kenne deine verabschieden du hast Blut auf Blut ja ja und du und du ja dammit die jungen die jungen verabschiede wir haben nicht viel Zeit wir haben nicht viel Zeit was du sprachst ich muss nachdenken ich muss nachdenken lass mich mit dir nein du bist hier mit leon du bist mit den leon du bist mit den leon du bist ich bin sicher warum du es macht mich besser besser wir lassen es einfach auf das das und damit zieht Louis wieder seiner Wege meint wir nicht mitkommen können zu dritt wenn es schon um ein Heilmittel geht aber gut wir ziehen weiter mit Ashley hier durch die Gegend das sieht doch aus als möchten wir da lang ach dammit verschlossen aber es ist ja ein Bideospiel der Schlüssel wird nicht weit sein ich wechsle schon mal hier rauf denn hier steht nicht verschrecken wie ein Reh ein Mönch und wenn wir den erstmal erschossen haben lockt es natürlich weitere hervor zum beispiel den oder den oder den die hätten alle gern noch ein weiteres loch in ihrem kopf und wer bin ich denn ihnen das zu verweigern weitere kunstschaft verdammt das kann er wohl nicht na gut dann muss jetzt erstmal durch diese tür das heißt ich kann in allersehen wohl warten zack also sind immer noch zu was in der lage wenn ihnen das viel erstmal aus dem kopf gewachsen ist zum Beispiel können wir jetzt hier mitnehmen heute stehen lassen jetzt noch diesen Fingerzeig lasse ich ihm nicht durchgehen zeige erstmal ein bisschen mit dem Messer auf ihm und kreie mir seinen Hab und Gut wie sich das gehört für den Helden nehmen wir nochmal Peseten und Fässer und ich will Ashley nicht messen die ist da so empfindlich die kriegt das in den falschen Hals und könnte sterben und das hat sie nun nicht verdient nach vorne sollte man nicht unbedingt einfach rennen weil da haben wir ein Armbrustschützen und wenn ihr da vorne hinschaut an die Ecke sehen wir ein Holzschild mit Dornen und hinter dem ist natürlich ein ruchloser Mönch deswegen rüste ich schon mal die Schrotflinte aus ja und das ist wieder so eine heimtückische Art mit der jetzt die Mönche einem hier begegnen um einem das Leben schwerer zu machen also Pistolenschüsse hält das Schild sehr gut aus ihr habt ihr gesehen mit dem Schrotgewehr ist eine gute Möglichkeit das Schild einfach in 1000 Splitter zu zerfetzen oder ihr nehmt ein Schafsschützengewehr und trefft durch das Schild direkt den dahinter stehenden Mönch auch zum Beispiel auch auf Kopfhöhe und dann war das mal ein Mönch hinter einem Schild Ordnung muss sein hier drin können wir uns auch erst neu bedienen und sobald wir diese Kiste aufgemacht haben kommt wieder eine Überraschungsparty in Mönch reingestürmt deswegen habe ich Ashley auch hinten stehen lassen in dem Haus da werden sie mich nicht darauf achten und dann müsst ihr wiederum nicht auf Ashley achten in dieser Situation so den Burgtorschlüssel und es geht los einen Teil schaffen wir uns mit dem Fass vom Hals und dem letzten zeige ich wozu so ein Messer alles gut ist ach du dann nehme ich da lieber nur die Türmethode denn so oft kommt man ja auch nicht dazu auf das Gewehr zurückzugreifen auch wenn es jetzt in der letzten in diesem Folge sehr häufig vertreten war so mhm habt ihr das gesehen dem ist schön von dem äh Messer der Hals aufgetrennt wurden der Kopf nach hinten geklappt und der Parasit hat sich da so raus geschält und miam 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 so aus dieser Situation sind wir siegreich hervorgegangen und haben jetzt den Schlüssel den wir wollten also nix wie rein so das verheißt doch schon Gutes dieses Lachen die g zwr die und w die großartige die die se die Von dem großen König, von dem großen Lord Sadler. Ich habe dich erwartet, meine Freunde. Nein, danke, Bro. Meine, meine, wir haben einen feistig. Wenn du für dein eigenes Wettbewerb würdest, ich sage dir, dass du dich selbst verabschiedst, und einfach... become unsere Hostage. Oder, Herr Scott, du kannst uns die Mädchen, weil du nicht wert ist, glaube ich. Du kannst sterben. Ich bin niemals einer von ihnen. Niemals! Hast du das richtig. Wir finden uns eine Lösung. Die dort fehlen. Wunderschöne Dekoration. Aber etwas fehlt. Es ist unglaublich, zu welchen Meisterleistungen sich sein Verstand auch nach all diesen Prüfungen immer noch aufschwingt. León. 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 Ganz auf die ich mich schon sehr freue. So, wenn wir hier hoch gucken, an diesem Torbogen, sollten wir nicht diesen Schatz dort vergessen. Der wäre auch auf der Karte eingezeichnet. Ein Poponer Edelstein. Der könnte euch bekannt vorkommen. den haben wir schon neulich in eine Maske verbaut. Und weil hier noch eine auftaucht, heißt das folgerichtig, es gibt noch eine Maske zu finden. Yippie. So, in diesem Raum wird fleißig weitergelootet. Was ist das denn für eine Tür? Verschlossen. Eine sehr widerstandsfähige Tür. Vielleicht ein Gefängnis? Hm. Mysteriös. Wenn wir mal hier durch das Fenster sehen, sieht das durchaus gefängnismäßig aus. Und, worauf man achten sollte, dort auf dem Balken liegt Schrottgewehrmunition. Die schießen wir jetzt schon mal herunter zur späteren Verwendung. Ja, natürlich können wir da auch runter. Also, er macht den so einen Raum und dann kommt man nicht hin. Das ist ein Videospiel. Wir wissen alle, wer der Hase läuft. So, hier auf dem Stuhl liegt Pistolenmunition. Dieses Gemälde können wir von der Wand reißen und uns die Geldschätze dahinter unter den Nagel reißen. Diese Vase fand ich schon immer hässlich. Gar nicht wahr. Ich möchte einfach nur ein bisschen Serra Spirit hier reinbringen und so viel Vasen wie möglich zerschmettern. Dann haben wir hier noch zwei Fässer. Wieder ein gelbes Kraut. Und einen Zettel, der mit purer Willenskraft an diesen Felswänden festhängt. Luis Serrafang Ich habe erfahren, dass Serra die Burg betreten hat. Warum er von seiner Flucht zurückkehrt, ist mir unverständlich. Aber wir müssen die Gelegenheit nutzen und ihn fangen. Die beiden Amis holen wir dann, wenn wir Serra haben. Anscheinend hat er beim Stehen unserer Probe einige Impfstoffe mitgenommen. Auf die Impfstoffe können wir verzichten, aber nicht auf die Probe. Ich bin sicher, dass noch jemand oder noch eine Gruppe verwickelt ist. Wenn dieser andere unsere Probe bekommt, wird die Welt nicht das werden, was wir wollen. Wir müssen Serra so schnell wie möglich ergreifen. Sie hat also eine Probe gestohlen von etwas. Und für uns diese Impfstoffe. Und damit ist absolut klar, dass mehr hinter ihm steckt, als es erst den Anschein hatte. Aus diesen Meeren speien die Flammen der Hölle und verweigern uns die Passage. Aber hier an diesem Gemälde finden wir, sehr schön gemacht, wie ich finde am Schlüsselbund der Figur, einen Schlüssel. Den Gefängnisschlüssel. So eine Gefängnistür haben wir doch gerade eben gesehen. Ich kann euch schon mal sagen, wir laden nach, nähern uns der Tür und schließen sie auf und sehen, was uns dort erwartet. Aber nicht dieses Mal, denn es hat schon wieder die Stunde geschlagen, dass ich sagen muss, es war schön, dass ihr dabei wart, meine Schäfchen. Und ich hoffe, ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei, wenn es heißt, Let's Pray Resident Evil 4. Ich bin Martin Luther und sag, gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Hallo meine Schäfchen, nochmal ein kleines Nachwort. Und zwar mit einem Hinweis in den Raum mit den beiden Schwertern. Es ist generell immer gut, eine Blendgranate zu benutzen. Dann kommt ihr leicht an den Roten Mönch, der dauernd die Verstärkung ruft. Das habe ich so im Video nicht nochmal erwähnt. Deswegen jetzt nochmal explizit der Hinweis. Und ihr könnt euch freuen. Ab der nächsten Folge gibt's optisch was Schönes. Also bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich muss zurück und es bekommen. Lass mich mit euch kommen. Nein, du bleibst hier mit Leon. Er ist besser mit den Frauen. Ich bin sicher. Ja, und damit zieht Louis wieder seiner Wege. Meinen würde ich nicht mitkommen können zu dritt, wenn es schon um ein Heilmittel geht.